willkommen bei der kurzen aufnahme von skysucht.com slash gegrieft ja es tönt ein bisschen witzig aber wir wurden heute gegrieft und dieses video wird angecuttet sein also nicht gecuttet ich hoffe das sehen viele dieses video dass sie wissen skysucht.com wurde gegrieft und ja das ist wirklich belastend ich komme mir noch darauf klar also ein bisschen verwirrend ich wurde heute aus dem schlaf gezerrt und wir wollen euch einfach mitteilen direkt in dem video dass wir gegrieft wurden das problem an der ganzen sache ist end ist okay nether ist okay also wurden auch gegrieft aber wir haben backups minigames ist auch alles okay also zu unserer haupt city build city build 1 wurde komplett gegrieft ja wir hatten backups wir hatten das sind komisch aber die backups wir machen jeden tag backups und die letzten backups die wir hatten haben sich erstellt aber sind irgendwie unvollständig oder kaputt die datei ist irgendwie kaputt und wir verstehen nicht warum ich verstehen nicht wie wir wissen wer denn ähm er gegrieft hat ihr könnt gerne im disco schauen dort seht ihr alles also sieht man vielleicht namen aber ich erwähne hier nichts und ja ja mit ein backup hochgeladen wo sehr alt ist leider vor einem monat ich weiß das tönt gerade krass und ich nehme dieses video auch noch gerne auf weil der titel bezeichnet ist geistert gegrieft und irgendwie etwas vielleicht können wir die dateien wieder herstellen wir müssen schauen aber wie es bis jetzt aussieht ist city build 1 gegrieft um ja und die sache ist halt so wir würden es verstehen wenn ihr spieler nicht mehr lust habe aufs geysel zu spielen es tut uns wirklich herzlich leid deshalb alles wiedergut machen was wir ich weiß nicht wir wissen nicht mal welche alle plots die jetzt weg sind oder so wir wissen es nicht mal oder die überhaupt wegen dem neuen äh alten backup weil das extrem alt also wir wissen nicht was dort geschehen ist in einem monat und ach und die sache ist halt so wir geben jeden spieler als entschädigung 500.000 in game money und wir nehmen gerade also ich nehme gerade das video spontan auf nicht wundert dass ich mal auf dem bildschirm schaue ich bin gerade wirklich immer noch verwirrt also hoffentlich versteht ihr das und ja würde ich sagen das war es mit dem video ich hoffe ihr könnt die erklärung verstehen und und ja dann wünsche ich euch noch einen sehr schönen tag uns geht es leider nicht so gut also ja selber gegrieft und die backups gehen nicht das ist das problem tut uns wirklich leid wenn ihr eure sachen verloren habt die entschädigung wird 500 kaos im vierten spieler wenn ihr es nicht annehmen wollt verstehen wir es komplett weil ein prozent verlieren wo man leistung reingebracht hat ist nicht schlimm also tut uns leid ähm morgen wird es einen stream geben wo alles am besten erklärt wird wo noch ein bisschen über Skysburg gesprochen ist wie jetzt es weitergehen soll mit dem Server weil jetzt alles neu ist oder Skysburg wird weitergehen natürlich dass wir nie also offenlich nie aussterben eigentlich nie weil wir werden immer noch unser Herzblut dorthin hineinschmeißen also ja wünschen wir auch noch einen schönen tag und einen freudigen tag wir werden es nicht so haben aber ja ist egal hauptsache wir können noch eine freude machen mit diesem video ja nicht aber ja so ist es halt und ciao leute gut graben wurde da da